Willkommen zum großen Maishäxeln. Wir haben es Herbst und dachten uns wir starten heute mal richtig durch und wenn ich wir sage dann meine ich den Felix. Moin. Den Werner. Moin Moin. Den Dirk. Hallo. Den Tobi. Moin. Und den Daniel. Hallo. So da vorne warnt auch der Misthaufen. Die ganzen Träger stehen schon bereit und auch die Häcksler sind schon bereit und ich würde sagen, ah einen habe ich vergessen, der Merzi ist auch dabei. Moin. Der Merzi ist nämlich unser Häckslerfahrer heute. Vielleicht tauschen wir später auch mal die Position durch. Wir haben insgesamt drei Videos geplant. Vermutlich wird jeder mal alles machen. Da vorne ist schon ein bisschen was im Silo. Den Rest werden wir da heute vermutlich noch reinbringen und ich würde vorschlagen, jeder stellt mal kurz sein Gespann vor und dann setzen wir uns gleich auf den Bock und dann geht es los. Felix, willst du vielleicht kurz anfangen? Ja, also ich fahre heute im Häcksler. Das ist ein Krone Big X. Er hat ein Auslastungsskript mit drin. Ich bin mal ziemlich gespannt, wie das so funktionieren wird. Fahre vielleicht in der zweiten Instanz dann noch ein Abfahrer, aber ja, das dann wahrscheinlich in einer anderen Folge. Heute sitze ich auf dem Krone. Genau, der Merzi, der hat sich schon auf den Klaas gesetzt. Merzi, was hast du da für ein schickes gefährt? Ja, ich habe ein Klaas Jaguar 960 mit einem Klaas Orbis 57. Schneidwerk dran. So, und das Besondere ist, du bist ja auch in der realen Landwirtschaft tätig. Das heißt, du kennst dich ziemlich gut mit den Dingern aus, wirst uns heute vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen können. Dazu also später noch mehr. Dann machen wir vielleicht mit dem... Werner Weitscher. Werner, was hast du dir hier schönes ausgedacht? Warum wird hier schon wieder gelacht? Das möchte ich jetzt mal bitte erklärt haben. Also ich darf heute einen wunderschönen Deutz-Agrostag, glaube ich. Ist das fahren? 7,1... Ne, 6,71, 165 PS, glaube ich. Ja, fantastisch. Mit 2... 165 PS. Natürlich, das reicht vollkommen. Mit 2 wunderschönen... Ich bin, glaube ich, der Einzige, der Drehschimmel fährt, ne? Ja. Warum ist das eigentlich so, Jungs? Ja, warum ist das eigentlich so? Weil du der Einzige bist, der es kann. Ja, das ist gut, das wollte ich hören. Danke, das war's. Ja, wir haben, glaube ich, alle zusammen dieses wunderschöne Gewicht vorne mit dem Haken dran. Das heißt, wenn wir mal irgendwie schwierig hochkommen, kann der Silofahrer uns ankuppeln oder anhängen und ein bisschen hochziehen, ne? Genau, das ist nämlich ein Teil vom Röverpack, meine ich, ne? Genau. Und das ist ganz wichtig, wenn wir dann später da hochfahren. Machen wir vielleicht mit dem Daniel weiter? Ja, ich habe einen Fendt 39, also 300 PS und hinterbei einen Reisch-Anhänger abkippen, aber nicht zum Schieben. Genau. Ich habe hier so einen John Deere 75, 30, auch mit Reisch-Anhänger und dann haben wir noch den Tobi. Wo haben wir? Ah, hier. Genau, der steht schon vor seinem Gefährt. Der hat einen Case. Genau, Case Puma 230 CVX mit einem Shooter-Marker-Abschiebewagen. Sehr schön, auch das, also hier wird vermutlich mit am meisten mitgenommen, ne? Ich weiß nicht, wie groß das Ladevolumen ist, aber ich denke, das ist relativ groß. Und der Dirk, das ist heute erstmal unser Siloboy hier. Genau. Und der hat auch nicht gespart. Ne, ich hatte mir so gedacht, ich nehme mir so einen Xerion 3300 und also quasi noch einen aus der alten Riege. Und ja, da ist ein Röverschild vor. Und zum Schieben, zum Silageschieben. Und dann haben wir hier noch irgendwie so einen kleinen Klaas 8,30. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, ein Axion sein, ganz genau. Und da haben wir dann aus dem Röverpack auch den Haken. Ja, damit kann ich dann die Jungs mit in das Frontgewicht quasi einhaken und wenn es dann mal wirklich zu steil werden sollte, das Silo hochziehen. Streichen wir das die Jungs und setzen da den Werner ein. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Traktoren und die Häcksler, aber da geht's los, oder? Wunder dich nicht, wenn ich dich heute von der Straßesschuppe. Ich sag dir ein bisschen, ne? Hey, schon wieder hier so ein Ton, der gefällt mir nicht. Ja, ja. Merzi Watt noch kurz, ich würde dann direkt nach dir rausfahren. Es gibt natürlich auch noch ein paar Details zu den ganzen Geräten und so, die werden dann später nochmal so im Laufe der ganzen Folge, ich glaube, Felix, du weißt ja auch ein bisschen was zu den ganzen Getriebearten und so, ne? Dann kommen wir dann später nochmal drauf. So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Hey, doch, es ist richtig. Tobi, ich springe mal bei dir erstmal mit drauf, ne? Ja, komm mal ran, hier. Ja, passt. So, ich würde sagen, die Häcksler fahren vorne, ne? Wer fährt denn die erste Runde quasi hinterm Häcksler her? Oder zum Anhäckseln wieder die Drehschimmel dran? Kommen wir die Leute oben auch zeigen, oder? Ja, genau. Wir haben schon mal so ein bisschen getestet und der Merzi hat uns eine Methode beigebracht, die könnten wir vielleicht am Anfang mal zeigen. Ja, wäre ich sehr dafür. Ihr müsst vor mir rausfahren, ich muss ein bisschen einen Bogen nehmen, Freunde der Sonne. Ja, aber ich habe gedacht, ich wäre besser, da stehst du ja auch schon. Ich stehe spitz zum Zaun und soll das erste fahren, ne? Daniel, willst du vor mir, oder? Ja, ich mach das schon. Ja, okay. Absprache ist das A und O. Das Drama hinter mir beobachten. Da ist kein Drama. Wir sprechen dann später nochmal. Also Werner ist ja eigentlich der, der als erstes am Feld ankommen muss, ne? Wegen der... Ja, aber ich stand sehr ungünstig, muss ich gestehen. Ja, dann machen wir da nochmal Platz. Ja, wir lassen den jetzt hier alle gleich mal vorbei. Mit dem einen richtigen Traktor. Oh, da kommt das noch. So, wir spielen hier auf der wunderbaren Map Talbach. Die ein oder anderen werden sie noch aus dem LS17 kennen. Die ist mittlerweile auch für den LS19 verfügbar, findet ihr dann alles in den entsprechenden Modellisten. Und die haben wir uns ausgesucht, weil die wunderschön aussieht. Und auch fahren. Einiges von einem abverlangt, ne? Also, gerade die fähige Fahrer. Ja, ja. Können spannend werden. Ja. Ihr kennt alle den Weg noch? Ja. Für uns, wenn wir hinterher fahren, ne? Ja. Wir sind wieder Weg nach Hause. Ich wurde abgedrängt. Von wem? Von so einem Golffahrer, glaub ich. Achso. Ja, das sind sowieso die schlimmsten. Ja, ja. Man kennt das. Ja, ja. Dirk, fährst du einen Golf, oder was? Nein, nein, nein. Ich hab gehört, du fährst einen. Nein, nein, nein. Ich glaub keinen Audi-Fahrer. Ja, Merzi, da können wir uns in Ruhe dann erstmal zurecht machen am Feld, ne? Ja. Seid ihr schon da? Sobald, ja. Felix, pass am Bahnübergang auf, ne? Tschüss, tschüss. Wie gesagt, ich reagier da drauf nicht mehr, Jungs. Achso. Ab was denn nochmal? Hm? Schranken. Bahnübergänge. Ach ja, nie. Findet Felix super. Felix ist einfach der einzige, der dankbar über den Streik ist. Neuerdings in der Gewerkschaft, im Übrigen. Mehr dazu später. Ich muss nur sagen, obwohl wir das letzte Woche erst alles ausprobiert haben, hab ich unfassbar Bock wieder auf Hexen hier. Es macht doch immer wieder Spaß. Definitiv. Ich bin gespannt, was da alles passiert. Ich seh schon, der Werner ist... Ne, ich seh ihn gar nicht. Dann werden wir noch hier irgendwo mit dabei. Mal gleich mal auf die Seite. Ja. Das Beste kommt zum Schluss, ihr wisst ja wie das ist. Natürlich. Er hat wahrscheinlich gerade einen Golf angehängt. Ne. Muss die kurz klären. Ja, sag doch. Er hat eine Anzeige. Er hat mir gut vorgestellt. Ausgestiegen und dann gleich, grüßt ihr. Kleine blutige Nase gehört dazu. Ja. So. Werner wird nicht einmal vor und dann wird uns, denke ich mal, der Merzi noch ein bisschen was dazu erzählen. Denn Merzi hat er schon mal ein bisschen aus dem fachmännischen Kästchen geplaudert. Ich hab ganz starkes Déjà-vu. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man jetzt anhäckselt, so sagt man. Genau. Wenn man jetzt also sozusagen anfängt. Und Merzi, erklär doch jetzt einfach mal, wie ihr das im Betrieb macht. Genau. Wie gesagt, ich bin ja vom Beruf Landwirt, arbeite auf einem großen Betrieb. Wir haben aktuell, also die sind ja 1000 Hektar ungefähr zu häckseln. Und wir haben halt nur viele HW 80 bei uns im Betrieb. Und sie sagen, 10 Züge, also sprich 20 Anhänger. Und ihr hängt die, die Anhänger beim Ankabeln oder beim Anheckseln, sag ich erstmal, beim Vollwinder hängen wir die mal hinter den Häcksel ab. Und ja, da würde ich mal sagen, fahren wir eine Runde. Du kannst zurücksetzen, Merzi. Ja, geht los. Okay, das bedeutet, also du hängst die beiden Drehscheme an, fährst also die ersten Bahnen rein. Ich würde als weiter quasi parallel links von dir mit rein starten. Das ist richtig. Du wirst, du wirst, du wirst quasi, genau neben mir fahren, die fahren quasi, ne. In der Rielek würde es natürlich so sein, du wärst jetzt der Mann dafür und musst es sagen, fahr durch, du. Und das mal ungefähr so. Da muss man dann abschätzen, wie ist der Ertrag und du musst es dann sagen, zum Beispiel wir jetzt doch eben mit Drehscheme, zum Beispiel hätten, oder so. Du musst es immer sagen, fahr durch, fahr durch, fahr durch. Mhm. Du wirst es jetzt immer so ein bisschen regeln, ne. Ja, gut, in diesem Fall bist du natürlich der Profi, deshalb regelst du. Ja. Ich würde allerdings vorschlagen, dass wir das jetzt für die ersten Bahnen machen, also bei den ersten zwei Anhängern und dann, weil wir hier auch ein bisschen Platz hiendran haben, fahren wir dann einfach nebenher, ab dem zweiten Abfahrt. Aber ich wollte es mir mal irgendwie angeschaut haben. Ja, definitiv. Weil das ist ja doch, also ich habe es zumindest noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie euch das geht. So. Und wie gesagt, weil wir ja, naja, die HW 80 jetzt, müssen wir dann auch mal sehen, dass der Turm immer rechts ist, ne. Ja, genau, so ist es. So, dass wir immer zur rechten Seite Basen. Also, die meisten fahren, die ich kenne, die fahren eh mit dem Ohr nach rechts, ne. Tobi, übernimmst du den zweiten hier schon? Kann ich gerne auch, na klar. Ah, der Eder zieht grad, ne. Dann lass den Tobi doch kurz. Boah. Ja. Also, Merz, ich fahr dir jetzt praktisch nur hinterher, damit ich dann mal die Drehschimmel wieder mitnehmen kann, ne. Richtig, ja. Ich sag dir dann halt unentfährlich rumfahren. Oh, dauert noch ein bisschen. Jaja. Na, ihr seid schon... Kommt der Case nicht von Fleck, oder was? Hättest du mal ein Deutsch genommen? Ja, jetzt ne Deutsch genommen. Felix, was hast du für eine Geschwindigkeit angepeilt? Ja, ich würde mal mit 5 km rein probieren. Wir müssen natürlich gucken, dadurch, dass ich hier das Auslastungsskript habe. Mal gucken, wie sich das Ganze so verhält. Wir haben auch eine Reha-Modifikation drauf, ne? Wir haben hier eine Reha-Modifikation drauf, also generell haben wir Reha. Der ist hier noch ein bisschen mit dem Widerstand angepasst. Wie sich das Ganze jetzt mit dem Maschinen verhält, müssen wir natürlich mal probieren, ne? Das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ja. Jetzt sind schon alle direkt in Arbeit hier. Herrlich. Außer Dirk, der macht noch Kaffee. Ne, das stimmt nicht. Ich fahre schon fest. Hier kam eben ein Taxi vorbei, da bin ich eingestiegen und hab gedacht, komm, fang schon mal an. Falls jetzt die Drehschimmel zuerst kommen, dass wir auch den kleinen Hügel hier hoch und... Das ist sehr, sehr gut. Vorausschauend fahren. Taxi fahren. Merz, was macht ihr davon für Geschwindigkeit? Fahrakt oder sieben. Sieben. Und da hebt man mal ein bisschen an, Tobi. Wir haben ja schon mal einen anderen Häcksler mit einem Auslastungsskript ausprobiert. Das war ja stehen als fahren. Aber hier beim Krone scheint das jetzt doch etwas realistischer zu sein, ne? Es funktioniert jetzt einfach mit der Schneidwerksbreite und der Leistung und so weiter und so fort. Also bis jetzt. Mal schauen. Mit 7 km ist er schon stark an der Grenze. Wir schauen noch mal, ob ich weiter vor wolle oder soll. Ein Stück weiter vor wäre super noch, ja. Perfekt. Super. Wir haben uns auch extra dazu entschieden, jetzt nicht den 1050 oder den, keine Ahnung, Quadrag oder was auch immer rauszupacken, sondern ein bisschen was Kleineres zu nehmen, weil es könnte vorkommen, dass wir heute auch ein bisschen Probleme haben mit der Steigung oder mit den Bodenverhältnissen oder was auch immer. Das ist ja dann vielleicht noch mal ein bisschen spannender. Es hat ja auch erst geregnet, ne? Richtig, richtig. Es ist alles erst geregnet. Ja. Gerade bei es hier. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt... Habe ich irgendwie einen Pfeil am Kopf, oder was ist das hier? Ne, 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 ne. Es gibt eine Spanne, da könnte es spannend werden, ja. Ach, ich muss ja locker ziehen mit 160 PS. Ja. Die auch gehört, also. Also, wie gesagt, wenn ich in ReLife unterwegs bin, bin ich ja mit einem MF 76-18 unterwegs, also mit einem Vario-Triebe drin von Fendt. Und wie gesagt, ja, wie gesagt, ist manchmal fahren am Limit, aber wird ein bisschen nass ist, aber das geht alles, ne? Wie viel PS hat dieser MF denn? Ja, 175 PS. Ah, 10 PS mehr. Ja, gut, aber beim Vario kann man, kann man, sagt man immer, da kann man 30 PS abziehen. Stimmt, das kommt. Da sieht so viel, so viel Leistung, das ist, das ist sagenhaft. Man sieht auch eine Berge, MF wieder ja zum Beispiel noch der Dyna 6 an, also ein Schaltgetriebe. Und der geht die Berge ganz anders hoch. Der hält fest und bei dem Vario hast du so viel Verluste teilweise. Werner, hörst du das? Werner, hörst du das? Perfekt, denn der Werner, der hat ein Lastschaltgetriebe. Der hat ein, ein, ein Samen 16 Gang Lastschaltwendegetriebe. Genau. Sie kann ja auch, also ich habe schon Automatik genommen, aber ich habe hier Lastschalt und einmal die höchste Stufe. Also ich kann ja auch umschalten. Auch mit Allrad, Differenzialsperre, alles da? Richtig. Genau. Bei der Konfiguration, die Felix und ich ausgewählt haben, haben wir glaube ich nur zwei Gänge, ne? Äh, ja, wir haben Auto Power, wir haben eigentlich gar, also doch Fahrbereiche haben wir glaube ich. Ja, also genau. Aber wir sind ja, Übersetzungen, sagen wir vielleicht, also wir haben wirklich ein stufenloses Getriebe mit drin. Ähm, ja genau, bleibt halt noch zu sagen, dass wir natürlich mit dem VCA fahren und dort ja, alle möglichen Getriebe eigentlich mit am Start haben. Und auch Allrad und Differenzial. Ja, alles. Ob das brauchen, wir werden sehen. Ich war konsequent immer ohne. Selbstverständlich. So Daniel, du kannst. Noch nicht. Dobi, wie sieht es bei dir aus? Wir sind bei 53 Prozent. Ich bin jetzt quasi eine Runde gefahren, sag jetzt mal, da sieht man da, die Anhänger sind voll. Und da würde der, der Werner würde sich jetzt die Anhänger anhängen und dann, wie gesagt, wenn wir jetzt noch einen Zug hätten, den hätte ich, der hätte den abgehangen, dann hätte ich mir den dann halt in drei Jahren, ne? Achso, im Prinzip wäre dann so in deine Hexe-Richtung der zweite Zug herangefahren und du hättest dann angekoppelt. Werner, ich mach das dann eben für dich. Kannst drin sitzen bleiben. Danke. Okay. Okay, also das heißt, du bist ja eine Schleife gefahren, dann können wir weiterfahren und ich nehme einfach meine Bahn weiter, wie sie ist. Hm. Sehr schön. Dann springe ich immer wieder rein. Das läuft hier, als hätten wir unser Leben lang nichts anderes gemacht. Ja. Ich habe nichts anderes gemacht. Also bitte. Moment. Oh. Und das du selbst merkst. Ist, äh, ja. Ah, wo kann man das Spektakel anschauen? Alter. Ich bin noch mal ein bisschen langsamer, Tobi. Ich bin noch mal 5 km. Ja, ich halte mal. Ja, hier ist ja noch ein bisschen Verkehrergraden. Bin schon weg. Guck, 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 guck. Das heißt, Werner, wie viel hast du jetzt geladen? Ich habe jetzt geladen 36.000 Liter. Geh mal hoch auf 7, Tobi. Okay, 3, 2, 3, 4, 5. Warte, du bist so ein bisschen mit Gras reingefahren, glaube ich, du musst mir einen ausschalten, glaube ich, noch. So, März, du hast gesagt, ich kann hier auch über den kleinen Grünscheifen einfach auf die Straße raus, ne? Ja, kannst du mal ausstellen, gucken. Also, ich sage mal, wie gesagt, es ist zu viel und so 5. Ja, bleib auf 5. Wie sagst du, mach ich den Realize aus? Oder viele andere. Du steigst, wie gesagt, wenn da kein Feldweg in der Nähe ist oder so weiter, dann steigst du halt mal aus, guckst, ist der, ist der, ist ein Beschaffenheit krank darüber fahren oder nicht? Ja, und dann fährt man halt drüber, ne? Ja. Ja, gut, dann ist er in diesem Fall ein Stück weit weg, ne? Und gar nicht so einfach zu erreichen. Jetzt muss ich hier praktisch drei Meter über den Grünland fahren, da bin ich aber auch schon auf der Straße, ne? Ja. Ja. Äh, Schläuche muss man anbauen. Ich stoppe immer. Wir mussten zuerst ausschalten. Ja. Jetzt ist der Stau. Sie sehen doch, was hier los ist, Mensch. Unglaublich. Bubi, was macht das für Volumen? Ich sehe das, wenn ihr gar nicht. Äh, 67 Prozent. Okay. 30 Kubik. In der Realität ist ja unglaublich teuer, wenn so ein Häcksler steht, ne? Also gerade, wenn der vom Lohner kommt, das ist ja sehr teuer, oder, Merzi? Also die Preise habe ich jetzt nicht einen Kopf, weil wir selbst zwei Häcksler haben. Dann müsste ich mal mein Chef fragen, was da passiert. Kannst du dann abkoppeln? Also ich habe gehört, das ist gleich zu stellen, dass wie bei VW das Band stoppt. Ernsthaft? Weiß nicht, aber ungefähr. Für den Vergleich, ne? Ja, okay. Ja, Ansgar, das ist hier auch so. Du, ich was? Das ist hier auch so teuer. Ja, jetzt geht's hier nur. Ach so. Ich dachte, ich bekomme hier noch Geld als Anfahrer. Die Rechnung kommt zum Schluss. Ach so, da hätte ich das gewusst. Schäden werden auch abgezogen, ne? Natürlich. Werder, du das fragst, das war mir schon wieder klar. So, wer kommt denn hier als erster am Silo an? Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Voraussichtlich der Werner, ja. Ich bin begeistert. Abkippsseite bitte rechts, wenn es geht. Oh, dann muss ich oben drehen. Nicht so weit, nicht so weit. Kannst du den zuschalten? Äh, weiß ich nicht. Felix, noch der Lehmann Coaster. Ansonsten fährst du halt, fährst du halt genau von hinten raus. Äh, ich bin doch noch auf deiner Linie. Würde ich sonst durch den Stall fangen können? Würde ich sagen, ne? Neben dem Stall her. Ich bin schon hier. Wenn du kommst, ich zeige, ich schaue einmal vorher. Mach am besten Bodenmarkierungen. Äh, schwierig. Ah, okay. Ich habe meine Sprühdose nicht dabei. Das ist eine Vorbereitung. Werner, du musst dich gleich schon beeilen. Mehr als 43 geht das Ding hier nicht, ne? Wart mal. Weil wir werden vermutlich gleich einen kleinen Engpass haben hier. Also ich denke mal, März, ich weiß nicht, wie es ist, aber die Richtung, wie wir gestartet sind, wäre doch so entgegen zum Hang oder mit dem Hang. Dann sind wir ganz schön nach oben fahren. Ähm, track nehmen. Ach, ja, wir haben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ehm, GPS anmachen. Und noch brauchen wir es nicht. Kann ich es dann laden. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, nur in die Arbeitsbreite anpassen. So, Ansgar ist ja auch schon mit am Start. Wie viel hast du Tobi? Wir sind bei 83. 83. Also ich kann keine Abladezeite wählen. Es geht nur links, Dirk. Ja, alles klar. Wenn du angekommen bist, dann laufe ich aber gerade vor dir her. Das passt schon. Das ist einfach von hinten drauf. Hast du schon mal den Thermomaten anzustellen? Fangen wir mal mit dem Steil runter. Mit 4 an. Der schiebt ordentlich, oder? Ja, meiner jetzt nicht so, aber Tobi musste gerade ganz schön... Ja. Ja, da merkst du das Gewicht. Selbst bei mir ist es nämlich so, dass ich... Ich bleibe ohne Gewicht schon gemerkt habe. Ja, sehr gut. Das geht bergab. Da ist 750, Felix, ne? Ja, dann kommen wir hinterher. Bitte. 7,7 Meter hat er auch. Sieh, sieh auch 57, ja. Auch 750. Und dann probiert es einfach von hier drauf zu fahren. Jo, das bringe ich hin. Kommen wir bis vor, Tobi? Ja, wir sind jetzt bei 92. Könnte reichen. Dann schauen wir mal. Wie viel hast du, Daniel? Ich 56. Okay, dann ist es glaube ich sinnvoller, wenn ich... Ah, ich warte jetzt mal ab, aber ich denke mal, ich werde eher den Daniel als den... So wie ablösen, oder? Damit vorne weiter, ja... Ja, ist ja sinnlos, wenn du links überholst. Das geht nicht. Ja, ne, ist richtig. Wir werden ja sicherlich noch eine vorgewendete Runde drehen, ne? Perfekt. Oh, Leute, wenn ihr das sehen könntet, ne? Werner, als wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Hier, hier, hier. Der brachte das war. Nee, ich bin spielern. Muss ich, muss ich jetzt wirklich mal loben. Ach so, ja gut. Also, das ist echt krass. Richtig, richtig gut. Und vielleicht... Bist du voll? Ja, ja, voll. Also, Applaus. Applaus, Applaus. Und da ist das wieder weg. Komm los, nicht so schnell wieder. Ich war ziemlich gepeichert, habe ich mitbekommen. Wie warst du... Wolltest du nicht vorne bei Merzi dann weiter machen? Ja, das wäre jetzt die Frage. Ja. Wie... Gleich mal 80 Prozent. Ja, nee, dann fahre ich vorne. Ja, fahr vor. Werner müsste ja schon auf dem Rückweg sein. Korrekt. Der nächste, da kommt es Tobi? Ja, ja. Wir kasten jetzt hier durch oder stechen durch. Und jeder sagt das ja anders, ne? Ja. Also, wieso muss man das jetzt? Ähm, wir sind gefahren wie quasi Kabel. Also quasi immer so, so im Kreis. Okay, also was mit Kabel gemeint ist, das werden wir dann gleich sehen. Aber... Und soll jetzt meine Häckslerfahrer. Wer kennt sie aus? Ich weiß Bescheid. Oder Durchbruch. Ja, der eine sagt jetzt so, der andere sagt so, ne? Ja. Solange jeder weiß, was gemeint ist, ist doch okay. Genau. Also der Sinn ist sozusagen, dass man dadurch auch mit zwei Häckslern jetzt vom Vorgewende in die Reihen kommt. Kommt. Ja, aber richtig. Also jetzt kann somit ein Häcksler auf der einen Seite und der andere auf der gegenüberliegenden Seite entgegenarbeiten im Prinzip. Mhm. Nur können wir das... Also ich kann es jetzt gerade nicht machen. Ich warte mal auf dem Abfahrer. Das ist halt auch mal spannend. Wie lange werden wir brauchen, bis die Häckselkette eingerichtet ist? Ja, sobald er wieder zurück ist. Es darf halt ein Fehler passieren. Warum lade ich ja? Du fährst einfach jetzt... Ja, genau. Ich würde jetzt rechts rum, also rechts neben dir fahren, oder? Richtig. Ja. Ich brauch nur noch ein bisschen Platz, um zu wenden. Aber das ist von Werner abhängig. Wie lange... Wie schnell fährst du 8? Ja, sieben. Sieben, okay. Und immer so ein bisschen mittig. Schon mit dem Turm nicht, dass ich heute noch eine Genicksteuer kriege. Ja. Ja. Hier ist... Einrichten. So passt ihn das so, oder kriegen sie so schon eine Genicksteuer? Ja, ja, kannst du auch ein Stück vor. Ja. Oh, noch ein Stück. So wäre optimal. Ja. Ah, da sehe ich Werner schon kommen. Uff, das ist ein Stein. Weil jetzt mal, wenn du jetzt mal im Hexer sitzt, dann ist es so. Wenn man ins Innern sich fährt, dann ist es... Ja. Oh Gott. Fack der Gott. Die Reichanhänger werden echt schnell voll. Ah, da sehe ich den Werner auch. Grüezi, Grüezi. Grüezi, Grüezi. Servus, Moin, Servus. Hahaha. Übrigens, ihr könnt den Merzi auch auf Twitch verfolgen, ne? Also da machst du ja auch manchmal, du hast ja nicht nur die MVP gebaut für den LS 19, sondern du bist auch manchmal in der realen Landwirtschaft sozusagen live, ne? Genau. Ab und zu mal live, sage ich jetzt mal. Jetzt letzter Zeit war viel vom Big Am gewesen. Und ja, und jetzt nächster Zeit werde ich wieder die Maisstoppe in den Moment mit... Ja, da ist wohl... Ein Grasstopp. Agrasstopp. Agrasstopp, einfach mal gucken, wir da hinterher. Genau, es ist auch alles in der Videobeschreibung, genauso wie Felix, Werner und alle anderen hier dabei sind's. Wir würden jetzt dann wahrscheinlich nochmal eine andere Variante einsetzen, Merzi. Du kommst da hier schon, während wir jetzt abfahrbereit sind. Was machen wir da jetzt? Du nimmst den anderen Streifen noch und... ich würde jetzt sagen wir nehmen den anderen streiten und du fährst trotzdem noch runter um dann durchbruch machen wo sie macht haben ja wo man gekommen ist also bitte bitte bedenke will wie muss halt rechts von dir bleiben nein das ist das ist klar weil du hast ja auch die konfiguration deiner anhänger so genau ich gebe hier alles was hätte ich machen sollen der baum aber egal ach so wir werden fünf kamen hafen werden die oktober die musik links rüber ein baum ja das müssen wir jetzt aufpassen auch für die nachfolgenden ja da kann ich jetzt sagen dass sie noch ist jetzt rein vor wenn es ja kannst du gerne das ist ganz hinten durch perfekt märz sie du machst dann also die letzte bahn hast du so drüben noch in dem stück und ich jetzt verstehe ich jetzt okay warum ich den durchbruch machen alles klar hast du da einen ansatz wie viel bahn man dann frei lässt wir haben wir hier müssen schon ein gps haben ja die verschiedensten varianten du kannst dann ein häxler mit gps bestellen gesagt und dann gibt es wie sagt er bist du auch noch ab ihnen gefahren sind wie viel gemacht haben da oben beziehungsweise und dann gibt es halt noch einen rein tasten der tasten sie quasi die reihen lang ja dann meistens aber so so kenne ich denn von damals noch wir haben dann eine meiste lege maschine von kwerner land dort hat die 16 oder 16 reihen den sie jetzt ganz riesenteil ist jedenfalls und da sind passiert die hat ja ein spuren reißer und schmeißer aus und danach richten können sie richten und gar nicht dass sie nicht so viel dass sie quasi da wir mit zwei häxler für das sind nicht so viel na wie soll man sagen dass ich die häxler volle puller ausnutzen eine leistung ja das nicht dann herr noch zwei rein stehen bleiben dann den flächen denkachse sperren wir können mal versuchen moment ich habe ein technisches problem war tatsächlich ein bedienen fehler ich gebe das auch von ehrlich zu jünger 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 weiter ja 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 doch als wenn ich hängt euch fängt das schon an bisschen spannung gehört dazu schwierig 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 hier also die jungs die hier auf silo fahren bitte alle ziemlich nah an der silo mauer weil sonst bleibt im baum hängen okay nicht schon nicht so weit nicht so weit mehr nicht so weit wohin du hast du gerade die erfahrung gemacht wird ich wollte er schon sagen ja auch gut ja sagen ein gespieltes team blablabla und dann gucken wir wickel dahinten geht 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 aber du bist ja immer freund sind tobi wann bist du wieder da ich bin jetzt mal so ein bisschen schuld mehr herunterführend okay dann wird das mit punktlandung ich gebe alles man kennt die manche ich muss ja fünf verdrücken damit weiter geht jungs dann noch kohle aus dem keller holen ja du hast es so gefolgt ja letzten die letzten ps raus geht immer noch zufrieden damit muss ich sagen ist doch ein sehr schönes bild wie fahren wir gleich zurück felix ich werde gleich durch stechen wir ziehen jetzt einmal noch hier links rum nach oben quasi diese kleine links kurve dann werde ich nach links wenden und wir gucken mal ein paar bahn weiter wieder rein rechen durch so dass wir dann wieder eben bei dem anderen häxler und zur gegenüberliegenden seite arbeiten können weiß was meinen ja 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 ich erfolge mir einfach ich fahre erst mal vor und dann alles gut und gar nicht prozent hast du da ja also drei bitte also ich würde jetzt los schicken aus aus strategie grund genau ich würde auch sagen dass ich jetzt nach der reihe schon los war dann kommst du rechts nach mir das ist auch recht ein bisschen lästig hier schon mit dem john ja auch zu fahren kämpft schon sehr schön von euch jemanden zufällig eine frontlader konsole ja doch 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 habe ich könntest du dir auch leider irgendwo besorgen weil hier liegt jetzt so ein bisschen was daneben ich mache mal zur nächsten folge ja ok wird aber im örtlichen entler anrufen werden vielleicht hat er noch einen daheben oben stehen in den kurs abborgen kannst von halten der kummer gewohnt ist ja genau also weg ich hab jetzt mein bestes versucht das halbwegs einzuschätzen ja schauen wir mal eine ich wollte schon sagen hat kriegt den heizig voll es gibt mal zeit wir stechen dann jetzt hier einmal durch das wird jetzt natürlich schwierig warte mal jetzt haben wir mehr zu jetzt haben wir ein problem bald mal kurz wieder an werner ich muss ja ja ich muss ja hinter hinter meine persönlichkeit schmeißen und in der zweiten anhänger von werner ein ja ja warte ich habe ja wenn ich kann kannst du kann keine beide reichen dann hier theoretisch auch die anhänger abkoppeln wenn du möchtest ja ja das ist kein spaß mit dem johnny zu fahren hier doch doch weil dann warte mal ich nicht kuppel ab na los ab weil das so machen genau weil zum durchstechen man die tür klemmt war das wäre dann im prinzip ja okay das wäre dann im prinzip das letzte mal das wird das so machen ich habe glücklicherweise eine rückfahrkamera natürlich kann auch gleich an koppeln wenn du möchtest sehr gern woher ist aber hier stürme ich das geräte hat doch jetzt auch schon die klimaanlage ich habe die frontscheibe das reicht märz ich komme nicht mehr ganz in die spur rein glaube ich aber wenn ich drüber unternehmen war das schon okay machen wir so bitte fahren sie über die andere seite der sackers so wir werfen jetzt hier in die anhänger genau du fährst auf die andere seite und dann kann ich dir die ja wieder übergeben ja ich fahre ich fahre nicht so schnell ich kann noch mal ein moment ist nicht verstopft ich habe hier es ist ich muss doch so viele knöpfe drücken ich bin bei 5 kmh ich bin bei 5 kmh ja zwei minuten da das ist in ordnung also wie gesagt relativ nah an der silo mauer fahren sonst hängst du oben in den bäumen fest würde es so ein baum theoretisch jetzt nicht im real life nicht einfach nur der kettensäge zu anlass fallen weil der wäre vorher wahrscheinlich beschnitten ach so noch mal kurz ich habe ja ein reich anhänger ne ja das ist okay ich dachte nämlich auf der anderen seite sind dann die lampen und das baum schnitt ist ja auch mal so eine sache einfach so motorsiege zocken wir machen jetzt mal den baum ab da geht ja auch nicht so einfach da hast du auch deine deine zeiten wo man da darf und nicht darf bestimmt gab es mal so eine so eine serie da ist auch ein baum einfach beschnitten worden da kam kam die polizei das ist eine ganz komische serie gewesen ja ne Moment man komisch dänische western mit dirk pass ein bisschen auf hier oben ne du hast ja schon gesagt hier oben ist die lampe du kennst dich ja gut aus hier so will ich vielleicht kannst du mir die vorne ist so ein bisschen an die seite stellen da ja wohl abkuppeln also hier an die rechts mal zu mit der ja ja genau ja sowieso passt das ja dass du nicht in den bäumen hängen bleibt und jetzt nur gleich beim kippen aufpassen so die erste hast du schon hinter dir jetzt kippen ja und jetzt weiter ja top ja glaube ich kannst du so lassen ich bin wieder weg ehrlich ich bin begeistert ehrlich klasse kannst du denken ja ich kann leider nicht ganz gleichmäßig abladen das ist mir nicht möglich alles gut aber dafür das liegt ja nicht an dir das liegt ja an den nackenbogen das gebe ich ja offen zu märz ich würde jetzt wieder rechts außen einsetzen oder wie machen wir jetzt hier weiter hier würde das mehr sind machen wir quasi außenkabel fahren ja 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 guck das andere zeug habe ich auch schon weggeschoben das ist alles ein ehrenmann mal im google steht ich habe hier passiert dieses andere rechts außen ja ich soll es außenkabel ja und das fahrt ihr jetzt hier genau so hoch oder nicht ach so hinter dir her quasi ja dann zieht ihr erst mal vor weil werner braucht glaube ich auch ein bisschen platz geht 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 kommt da schon wieder jeden wer bin gleich unterwegs zu dir werner um kurz das will haben wir das ziehen kann ja völlig ich würde fahren naja wenn du jetzt hier lohnt die alina also so viel ist da nie mal platz naja gut okay alles klar dann tobi kommst du hier auf die andere seite gleich ich komme rum dann ja wie voll bist du 50 prozent ach sehr schön da kann ich ja noch einen kaffee trinken solange du jeden mitbringst ja ja das wäre schön also oh mein lieblings mein lieblings alterne hast du ein gps kurs drin merzi habe ich ja auch gut dann kann ich den jetzt ja auch zuschalten ist die unterführung frei okay noch tobi ein bisschen kürzer bitte eine halbe minute bräuchte und gut 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 oh tempomat oh oh na ist alles gut da ist er ja hallo größe danke passt so ja so sehe ich das ganz gut bei der hupe gewinnst du dann muss ich ja neidlos neidvoll anerkennen ich musste mir nochmal zeigen Werner das würde ich auch gerne mal hören und wie du dann durch das rumgläst ja mhm mhm stopp mal felix wir füllen den nicht wir füllen den nicht naan stop now ok der hier wie bei ikea was ist bei ikea warum nicht storno warte mal em bin da nicht so oft gibst du oft storno also wir stornieren oft vielleicht bist du auch einfach zu weit vorn bleib mal stehen bitte ich bleib stehen da geh du doch ok so 5 km h ja jetzt macht das schon wieder nicht bleib mal noch ein bisschen ja bleib mal noch ein bisschen zurück ja ok und jetzt setz jetzt mal rein irgendwie ja ja jetzt passt alles kleine elektronische probleme hier im krone kraftwerk ja das ist dieses autofill das hat dann wahrscheinlich die hängergrenze nicht richtig erkannt richtig 90 prozent jaja ich kämpf mit der steigung hier gelbe felgen kritisch gelbe felgen seid gespannt auf nächste folge da können wir mal den magenkrieg beginnen das geht ja richtig wenn sie irgendjemand sowas schreibt ne da gibt es ja richtig zu bekommen dann schreibt kein marken die jungs das sind doch immer die leute die erste schreibt was ich übernehme waren so weiter fahren so weiter fahren so weiter ja wenn ich moin 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 wer auch immer hallo moin hallo wer hat denn hier so gekleckert äh wir sind echt lag alles daneben das habe ich dann äh quasi da erstmal hingeschoben damit ich gleich hier drauf schieben kann wenn ihr ein bisschen luft wieder ist gar nicht gemacht hat ihr auf unserer seite dann jetzt rüber und ich auf eure beim wenden schönen schleifchen immer schön da und sie waren sondern auf zwei naja easy vielleicht sogar drei ne 2 ja gut alle fragen wer wie kabel wer wie ablädt und wie wer sein konvoi durch die felder manövriert bekommt all das sehen wir noch in den nächsten zwei videos ähm ich hoffe euch hat es gefallen äh wenn ja lasst gerne überall einen daumen nach oben da schreibt gerne mal in die kommentare was so eure lustigen erfahrungen mit dem häckseln sind wenn ihr das schon mal vielleicht im ls oder auch in der realität gemacht habt worauf ihr vielleicht noch geachtet hättet und wie ihr so ja das im feld so alles ähm steuert und macht wenn es euch gefallen hat wie gesagt gerne einen daumen nach oben da lassen gern bei allen anderen vorbeischauen bis zum nächsten mal würde ich sagen sagen wir alle tschüss 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 tschüss